Tourist, fragt ein Bergbauer, Entschuldigung, wie heißt dieser Berg? Bergbauer, wo ist vor einer? Tourist, aha, besten Dank. Streitet sich ein Epa im Stall, sagt der Mann zu seiner Frau und zeigt dabei zu den Schweinen, sieh mal, deine Verwandtschaft, sagt die Frau, ja, meine Schwiegereltern. Untertitelung des ZDF, 2020 Schwiegereltern.